mit ramazama durch die gamerwelt hallo und herzlich willkommen ich bin es wieder euer tom thompson hier bei let's play today wir spielen wieder life is strange und wie man sieht habe ich die facecam wieder drin es hat zwar bis zum nächsten tag gedauert dass ich dass das video exportiert wurde er muss sich natürlich auch noch rendern und so dass ich es auch mit 720p hochstellen kann bei youtube aber es hat funktioniert aber das entspricht auch folgendem und zwar dass ich jeden tag bloß noch ein video hochladen kann weil wie gesagt das locker einige stunden dauert also ich weiß nicht so acht stunden ich weiß nicht woran das liegt dass das programm das exportiert hat wahrscheinlich wegen dem bild im bild halt und kann ich nicht mal so viel dazu aber es hat funktioniert und ich werde das jetzt ich werde darauf eingehen also ich werde jetzt jeden tag nur noch ein video bringen das ist auch ein bisschen entlasten für mich weil ich habe ja sonst immer so drei vier videos gebracht jeden tag und es ist einfach zu viel und jeden tag ein video reicht aus da kann ich so jeden tag ein anderes spiel machen bis jetzt ist ja noch nicht der fall in zwei tagen kommt final fantasy ist es in zwei tagen ich weiß gar nicht welches datum heute ist auf jeden fall am 29 heute ist der 26 27 28 also in drei tagen kommt final fantasy das werde ich dann auch spielen auf jeden fall da freue ich mich übelst drauf und ja wir werden bis dahin natürlich life is strange nicht fertig bekommen da ich jetzt den tag nur noch eine folge bringen kann aber egal wir fangen jetzt direkt an und da das keinen unterschied macht habe ich jetzt nun 20 minuten oder eine halbe stunde aufnehmen es dauert sowieso mehr als acht stunden das exportieren werde ich meine folgen wie gewohnt eine halbe stunde lang machen würde ich mal sagen und wir fangen oder wir machen weiter mit staffel 3 episode 3 da wir ja mit episode 2 fertig waren und leider gott ist uns die kate gestorben ist und ich habe gesehen man hätte sie auch retten können hat man Ha 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 ha! Wir werden uns ein bisschen entschuldigen. Please, get me out of here! Max! Nobody cares about me! Nobody! What are you doing here, Max? Now, I know today was difficult for everybody. Miss Coffey, why exactly were you on the route with Kate Marsh? Please, tell us everything. What the hell is this? Max, there was no eclipse scheduled today. I believe you, Warren. I believe anything this week. So, geht's wieder los. Wieder eine neue Episode von Life is Strange. Ich finde das Spiel immer noch... Also egal, was die Leute darüber sagen, wenn die sagen, das ist kacke, das Spiel, das ist völliger Quatsch. Das Spiel ist einfach nur ein Rollenspiel, wo nicht viel passiert, sag ich mal. Wo du halt nicht ballern kannst. Das ist halt ein Spiel, was tiefsinnig und hintergründig ist. Und das, finde ich, macht auch mal ein Spiel aus. Mal was anderes. So, da haben wir wieder Don't Not Entertainment. Ja, das kommt jedes Mal. Wir kennen es nun mittlerweile. Square Enix und Pipapo. Ich hab grad... Ich hab grad gesehen, dass mein Mikrofon irgendwie ein bisschen spinnen, spinnenriechen hat. Weil ich habe, das Mikro ist an so einem USB... Ja, so einen kleinen USB Equalizer dran. Und der hängt ein bisschen runter. Und dann kann es mal passieren, dass es so ein leicht bisschen Störgeräusche hat. Aber ich glaube, ich hab das schon mal gehabt. Man hört's... Äh... Nicht wirklich im Video. Nur ganz wenig. So ein bisschen Summen. Oder so. Ich wusste, Chloe würde das alles übergehen. Also ich hätte besser gehen können. Äh... Kann das sein, dass sich unser Zimmer verändert hat? Und... Keep calm and carry. Okay. Okay. I swear, I will use all of my power to find out who will be pushed you off that roof. Okay. 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 Ich hab's die Lampe schon vorher oder kann ich mich nur nicht daran erinnern, weil man sie vorher nicht betätigen konnte. Das ist jetzt die Frage. Ich weiß es gar nicht. Ähm... Ich würde sagen wir... Ähm... Achso. Genau. Jetzt weiß ich was ich machen wollte. Und zwar... Hab ich noch einige SMS'n, die ich mal vorlesen wollte. Und dann fangen wir mal mit dem Rowan an. Ähm... So, genau. Hier. Hallo meine Hübsche. Sit down Science. Ähm... Das letzte kann ich nicht lesen. Also, setz dich hin. Ähm... Science ist Forschung. Also, äh... Science. Mensch, wie heißt denn das? Ich komm jetzt grad nicht auf das deutsche Wort. Ähm... Wissenschaft. Ähm... So, jetzt. Ähm... Ich bin im Sci-Fi-Labor. Jetzt... Ich bin nicht Schrödingers Katze. Achso. Schrödingers Katze. Äh... Schrödingers Katze. Äh... Ich wusste mal irgendwie... Wie das war. Äh... Irgendwie mit einer Katze in einem Karton oder so. Und... Äh... Solange wie du den Karton nicht geöffnet hast, ist... Äh... Weißt du nicht ob die Katze drin ist oder nicht drin ist. Wobei sie... Oder sie ist halt in dem Moment ist die Katze halt in den Karton oder auch nicht in den Karton. Weil du es halt vorher nicht weißt. Irgendwie so war das. Ich bin kein Wissenschaftler. Sorry. Ähm... Bis gleich. Hey Max. Ich will dich nicht drängen. Ich wollte nur sehen wie es dir geht. Ich weiß heute war hart. Aber du hast mehr als jeder andere getan um Kate zu helfen. Ich bin stolz auf dich. Mach dir keinen Kopf wegen Autokino. Wenn du zum Planet der Affen flüchten willst, bin ich dabei. Und wenn du jemanden zum Reden brauchst. Ich bin immer hier. Äh... Halt deine große Klappe oder ich mach dich blatt. Ich weiß wo du schläfst. Ey Nütte im Mansengehirn ausgelöscht. Alter so ein Wichser ey. Ich mach den noch fertig. Das kann er wissen. So Mama. Es tat so gut deine Stimme zu hören. Dank an unsere Unterhaltung. Du warst für deine Freundin da. Als es sonst niemand war. Und Kate hat ihre Entscheidung getroffen. Mehr konnte niemand von dir erwarten. Du bist unsere Heldin und wir lieben dich über alles. Maxine. Ruf uns jederzeit an, wenn du reden willst. Oder komm vorbei. Mach mal. Ja. Und Chloe hat auch drei SMS'n. Ähm... Okay, hier geht's los. Äh Max, der Chef mit der Knarre. Heirate mich. Illegal in Oregon. Noch. Äh... Scheiß drauf. Brennen wir durch. Also. Hm. Tut mir leid wegen Kate. Hoffe dir geht's gut. Ich flipp aus wegen der Sonnenfinsternis. Finden wir raus was los ist. Zusammen. Hey Max. Denk gerade an dich. Soll ich dich in Ruhe lassen? Fertig. Zittere wie Esmelaub. Tut mir leid. Aber du hast... Tut mir leid. Nicht tut mir leid. Äh... Aber du hast getan was sonst keiner konnte. Scheint so. Wenigstens wurde Nathan Prescott suspendiert. Alter. Äh... Alter. Du hast es drauf. Hör mal. Etwas merkwürdiges und gruseliges geht in Blackwell vor sich. Es wird Zeit die Puzzleteile zusammenzusetzen. Cool. Ich muss dir was zeigen. Triff mich vorm Campus. Schwierig... Äh... Schwing die Hufe. Und zwar sofort. Okay. Mach mal. This is disturbing. Yes. I have power. But... Nathan is out of control. Boah. Total finster. Okay. This is scary dark. Let there be... Ah, ich habe so eine dumme Vorahnung, dass hier gleich dieser... Also... Ach, weißt du... War da gerade ein Geräusch? Alter. Ähm... Ich wollte gerade sagen, guck mal, jetzt steht da dran, I'm sorry Kate, we love you, bla bla, weißt du? So ein Scheißgeschwätz, das geht mir voll auf den Sack, Alter, weißt du? Jetzt, wo es zu spät ist, was soll die Scheiße, Mann? This is my prayer for you, Kate. Bless your gentle soul. Habe ich übrigens schon mal in Let's Play von mir drüber gesprochen, in Minecraft Let's Play. Das heißt, äh... Wir sprechen über Mobbing. Könnt ihr euch mal reinziehen, wenn ihr möchtet. Das ist wie ein grosser T.V. crime scene in unserer Dorm. Hey, Dana. Wie geht's dir? Ich kann nur nicht stoppen denken über Kate. Und wenn das auch meine Schuld ist. Ich wusste, dass sie depressiv ist, aber... Ich wusste nicht, wie schlecht war. Sie müssen sich ernst nehmen, um sich aus dem Sack. Also, warum glaubst du sie auf dem Sack? Vielleicht Kate war so schade, dass sie das Video verletzt hat. Ich schade sie nicht, aber es war ziemlich gross. Komm schon! Du glaubst wirklich, dass Kate Marsh in einer Vortex-Club-Party getrunken wollte? Also... Hm. Alles klar. Ja, das hatten wir schon mal gehabt. Ich bin einer, der meldet immer solche Probleme, weil es einfach dem Spielehersteller hilft. Äh, diese Probleme zu beheben. Ja, Unreal Engine. Engine. Äh, es geht sofort weiter. Ja... Tut mir leid, aber... Dafür kann ich halt nun mal nix. Und ich werde jetzt nicht wegen... Kurzen... Keine Ahnung... Zehn Sekunden... Jetzt anfangen zu schneiden. Denn das ist einfach real, weißt du? Das ist einfach echt... Ich will nicht... Ich hab keine Lust immer zu schneiden. Also das hat nicht... Das hat nicht mal wirklich was mit Lust zu tun. Klar, ich mach das auch gerne. Aber das ist einfach real, damit ihr mal seht, äh... Wie meine Reaktion ist, wenn mir sowas passiert, weißt du? Und... Warum soll ich die zehn Sekunden wegschneiden? Das stört doch keinen. Also... Wenn's euch stört, dann sagt's mir. Aber... Mich stört's nicht. Denn... Es ist halt nun mal so, wie's ist. So, jetzt ist die Frage... Ja komm... Jetzt haben wir nicht mal einen Speicherpunkt. Ohne Scheiße jetzt. Das ist zum Beispiel was, was mich jetzt anfickt. Das... Das... Äh... Kotzt mich ziemlich an. Ja komm... Jetzt, äh, sorry, ähm, kein Speicherpunkt vorhanden gewesen. Aha, die Pflanze heißt Lisa, so wie es aussieht. Komm jetzt, mach mal Eier. Ich kann es leider nicht überspringen, sorry. So, okay. Komm mal schnell hier, zack, den Hasen füttern. So, dann... Ich vermisse dein Licht, Kate. Hey Dana, how are you doing? I just can't stop thinking about Kate. And if this is my fault too. I knew she was depressed, but I had no idea how bad. Must be serious to throw yourself off the roof. So why do you think she was on the roof in the first place? Maybe Kate was so ashamed she got wasted on that video. I don't blame her, but it was pretty gross. Come on, you really believe that Kate Marsh wanted to get drunk at a Vortex Club party? So what exactly are you saying, Max? You think this has something to do with Nathan being expelled? I'm not sure yet, but I'm on it. Weird shit is going down at Blackwell. And I'm going to find out why. I'm getting scared now. But people here are still sneaking out tonight. What? Like who? Victoria bounced out of here earlier, and now you, Sherlock? Not me. I need a break from today. Get some sleep too, Dana. I'll see you later. Wir haben irgendeine Information bekommen. Hey, Dana. How are you doing? I just can't stop thinking about... I knew she would... Must be serious to throw... That's really all you know? Like, why would I know anything else? And Max, it's not cool to treat me as if I'm some suspect. I have a fucking headache now. So please, let me crash. Okay. Ne, das war nicht cool. Warte mal. Hey, Dana. I just can't stop thinking... I knew... Must be serious. So... Maybe Kate was silly... Come on. So what exactly are you... You think this has... I'm not sure... I'm getting scared now. What? Victoria bounce... Not me. Ja, okay. Victoria isn't here. Maybe I'll just wait and bide my time. Going through her shit. Never forget Kate. Miss you, Kate. Alter, ey. Ohne scheiß. Meine Gebete für dich. Da war schon wieder ein Geräusch, übrigens. Zu wem müssen wir in den Schlafsaal? Ich gehe besser mit Chloe. Okay, machen wir das. Wir haben noch neun Minuten. Sehe ich gerade. So Chloe is waiting for me in front of the main hall. Oh, the most magical insects. Burn bright. Now, why won't they fit? These keys are all broken. Or maybe it's me. Principal Wells. Are you serious? I'm toast if he sees me. Nobody can expel me. Not yet, anyway. Look at me. Feeling sorry for myself. And Kate Marce's family is a morning. They'll probably sue the academy right out of Oregon. Ich versuche mich jetzt einfach mal hier oben rumzuschleichen. Was nicht funktionieren wird. Miss Caulfield, you have to be stealthier than that. You're not supposed to be outside your dormitory at this hour. You know that. I'm sorry, Principal Wells. I'm still upset about Kate. I needed some air and space to walk. I'm sorry you had to go through that today. You tried to help, but... Goddammit, Blackwell is my responsibility. And I... I let her and Kate down. Go on back inside. Get some rest. It's been a shitty day. Good night, Max. Great. So how do I get past him to meet Chloe? 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 Oh, great. He saw me. Maybe I could sneak by when he was trying to open the door. Alles klar. Ich verstehe. Na komm. Machen wir ein bisschen schneller jetzt hier. Oh, voll einfach. War kein Problem. Booyah! Booyah! Alter! Get it? Booyah! Like I'm a scary punk ghost. We're like a scary and sensitive asshole. Chloe, I watched my friend jump off a roof today. I don't think you need to prank me tonight. You always trip out on me for not being there for you, but... Is this how you're there for me? I'm... I'm sorry, Max. I wasn't even thinking. I suck. I'm not trying to be a bitch, but... I'll never get the image out of my head of Kate jumping off that roof. All because my power didn't work. It didn't mean shit. I know seeing Kate fall was horrible. I don't even know how to deal with that, so I just... Act like an idiot. But it's your badass power that's gonna bring all this to a close. Manipulate time and space? No, Biggie. Chloe... I just feel weird about some of my decisions. Especially after I just got Nathan expelled. Dude, do not even torture yourself like that. Let's focus on looking for clues, okay? Right. For one thing, there's too much coincidence between the people around Kate and Rachel. Like Step Prick and Nathan Prescott? Of course. They're both sociopaths. More like psychopaths. The Blackwell Security Officer even hits his own stepdaughter. And even though I don't know her, it feels like Rachel is guiding us to the truth. Fuck the truth. I just want to find my friend right now. It scares me to think where she could be. Do you think she's... Kicking it in Los Angeles? That would be the best-case scenario. She wouldn't leave without me, okay? And how often do missing girls turn up? We have to find Rachel soon. We have to. I promise you we will. Like you said, it's time to start the search for clues. Now tell me what's your secret. Drumroll, please. I present the spare keys to Blackwell. Thank you, Step Prick. You are such a boss, Chloe. I just don't want you to get into any more trouble. Look at all the trouble dropping in Arcadia Bay. At this point, who gives a fuck anymore? We're in it to win it, Max. Lead the way. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. Insert groan here. Thank you again so much for helping me put together a portfolio. Hopefully the rest of the class will follow your lead. I'm sorry I was distracted, as you know. It's not been a good day for Blackwell. I know this has been an awful day, and you can talk to me anytime, Mr. Jefferson. Thank you, Victoria. I imagine you're pretty upset over Kate as well. I'm like still in shock. I've never seen anybody die. I really cared about Katie. Katie? I had no idea you two were that close. Did she? Well, how does this affect the Everyday Heroes contest? It doesn't. The contest is still a go, and I still have to pick the winner to best represent Blackwell. I've got all the photos, except one from Max. I'll give you a one-word sneak preview of Max's photo. Selfie. Listen, you've seen my entry. You know it's better than that. Wouldn't that be so cool to hang out together in San Francisco, Mark? Stick to Mr. Jefferson, Victoria, please. And, uh, I haven't picked a winner yet. You already love my work, so it's not like you're playing favorites. Just imagine if you picked my photo, though. We would have to spend a lot of time together. That could be fun, don't you think? I'm going to think that you didn't say any of that. You might as well choose me. Otherwise, I might have to tell people you offered to choose my photo for favors or something. As a favor to your future, I'll also ignore that on the sky's threat. This conversation is officially over, Miss Chase. I suggest you go back to your dorm now. Wait! I only... Are you fucking kidding me? So eine kleine... So eine kleine... So eine kleine... SCH-Lampe? So eine kleine... So eine kleine... So eine kleine... So, wir kommen jetzt mal hier einen Speicherpunkt, denn ich muss die Folge beenden. Please. Give me your safe point. Okay, hier ist der Speicherpunkt. Um... Der erste Schritt will nicht in den Händen der lokalen Polizei. Also besser finden wir, was in der Prinzipie ist. Du kannst wiederhelfen, wenn wir getroffen werden, oder? Du hast verrückte Macht, Max. Sag das zu Kate. Komm schon, eine weitere Tür und unser Arbeit hier ist fertig. Und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt an der Folge. Die war auf jeden Fall mal ein bisschen chilliger. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Mit Dramats haben wir durch die Gemma Welt. Bis zum nächsten Mal.